Irgend so ein übereifriger Hurensohn fand ein fantastisches Schmerzmittel im Dschungel. 15 Cent kosten für ein 5-Dollar-Fläschchen. Esten flog darauf wie die Flieger auf die Scheiße. Es lief alles ganz wissenschaftlich, mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Die Schweinepest hat das ganze Dorf ausgelöscht. Esten bedauerte es, tat allen leid. Aber der kleine Streber bekam trotzdem seine 10 Cent pro Dollar. Wir wollen nicht Kopfschmerzen heilen. Das ist der entscheidende Stoff gegen Krebs. Diese Menschen brauchen kein Heilmittel gegen Krebs. Fragen Sie sie. In diesem Gebiet soll eine Straße gebaut werden. Das wäre ihr Ende. Esten könnte das verhindern. Quatsch, Esten braucht die Straße. Ihr sorgt dafür, dass Sie direkt zu meiner Palapa führen. In L.A. sorge ich. Ich brauche Sie hier. Sie können jetzt nicht weggehen. Was? Nein, 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 nein. Ich bin eine ziemlich gute Biochemikerin. Aber ich bin keine Feldforscherin. Seit Jahren habe ich das nicht mehr gemacht. Ich bin dazu nicht qualifiziert. Ich weiß. Kronbacher. Ein Pilz. Kostbar wie seine Natur. Frisch und rein. Wie das Felsquellwasser, mit dem es gebraut wird. Kronbacher. Eine Perle der Natur. Kronbacher. Geld vom Staat. Rann an den Prämienvolltreffer. Jetzt die neue Maxi-Förderung auf Bausparen und Aktienfonds sichern. Bloß nichts verschenken. B.A.W. sagt Ihnen wie. Der weltberühmte Polbocuse hat Cambodzola ausgezeichnet. Denn Cambodzola schmeckt jetzt noch besser. Unvergleichlich Cambodzola. Warum nehmen Sie die neuen Persil-Tabs? Weil sie so einfach zu dosieren sind. Nur zwei Persil-Tabs in die Einspielkammer legen und im Handumdrehen aufgelöst. Sauber, oder? Überzeugen auch Sie sich. Persil-Tabs. Reinheit in Bestform. Wenn mal was passiert, dann möchte ich Sicherheit haben. Einfach Schutz. Aber warum versichert die Hook Kuburg so fair und günstig? Ich gehe einfach nochmal hin und frage. Hook Kuburg, da bin ich mir sicher. Vanessa May. Endlich. Ihr neues Album. Vanessa May. Eine einfache Antifaltencreme reicht mir nicht. Jetzt enthält L'Oreal Revitalift Antifalten plus Strafheit doppelt so viel Pro-Retinol A. Durch Pro-Retinol A werden Falten in weniger als zwei Wochen sichtbar gemildert. Mein Gesicht ist glatter. Dank Parillastil festigt Revitalift die Konturen des Gesichts. Mein Gesicht ist straffer. Revitalift. Weltweit die meistverkaufte Antifaltencreme von L'Oreal. Jetzt mit neuer Formel. L'Oreal. Weil ich es mir wert bin. Ganz Deutschland hat Angst vor bösen Überraschungen im Telefonmarkt. In diesem Telefon-Dschungel lässt Debital Sie nicht allein. Im Direct-Line-Privat-Tarif telefonieren Sie bei Ferngesprächen deutschlandweit in der Nebenzeit von 18 bis 6 Uhr für 14 Pfennig und abends von 9 bis 10 Uhr sogar für 7 Pfennig die Minute. Debital. Kommunikation ist alles. Bei der DEVK können Sie jetzt einen von 4 Beatles gewinnen. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Wir informieren Sie auch gerne unverbindlich über unsere günstigen Kfz-Versicherungen. DEVK. Preiswert und nah. Tarif-Dschungel Deutschland. In diesem Dschungel lässt Debital Sie nicht allein. Debital. Kommunikation ist alles. Die bittere Zartheit süßer Orangen. Die brennende Kälte von Eis. Die Kraft hauchfeiner Aromen. Die eisige Wärme danach. Quantru. Eine Herausforderung der Sinne. Was taugt ein Mann im Haushalt? Machen wir den Praxistest mit dem neuen Spontex Kochfeldblitzer. Two in one. Die Silberseite packt den Schmutz besser. Und die Schwammseite saugt auch das Wasser besser auf. Schlauer, sauber, Spontex. Komponiert aus ausgesuchten Beinen eines Jahrgangs. Söhnlein Brillant. Seine Brillanz liegt im Geschmack. Jetzt bei D2. Zwei Ortsvorwalttarife zur Auswahl. Super günstig. D2 Privat von Mannesmann Mobilfunk. Ein Radeberger. Ich bin eben eine einfache und doch komplizierte Frau. Ich bin still und kann doch den Mund nicht halten. Verrücktheit ist für mich normal. Ich mache, was ich will. Ich kann einfach nicht anders. Contradiction. The new fragrance for a woman from Calvin Klein. Und gleich nochmal. Kümmerling. Der sanfte Bitter. Der sanfte Bitter. Jetzt, endlich, die neue Kuschelrock ist da. Mit Robbie Williams, Michael und Janet Jackson, Mariah Carey, Elton John, Eros Ramazzotti und natürlich Céline Dion. Kuschelrock 12, die neue. Du, bleibst du zum Frühstück? Take me up to a paradise. I'm going home with you tonight. To the playgrounds of your band. Ja. Schwartau Extra. Das erste Extra des Tages. In der Finanzwelt ist der Bulle das Symbol für gute Zeiten. Der Bär das Symbol für schlechte Zeiten. In 100 Jahren hat die Allianz auch Krisen gemeistert. Neu. Allianz Vermögensmanagement. Vertrauen Sie auf die Allianz Vermögensmanager, die gerade jetzt ihre ganze Professionalität einsetzen, um auch aus ihrem Geld langfristig ein Vermögen zu machen. Allianz Vermögensmanagement. Ihr gutes Geld in besten Händen. Die Ecke des Monats. Neu. Die Ecke des Monats. Der Joghurt mit der Ecke. Die Ecke des Monats. Da ist immer wieder was Neues drin. Alles Müller oder was? Keine Zeit, heute zur Bank zu gehen. Wir machen einen Termin nach Schalterschloss. Wo immer Sie wollen. Jetzt haben Sie noch mehr Auswahl. Für ein richtig gutes Frühstück. Mit Sorgfalt. Und Liebe. Wärme. Und Duft. Frühstücken nach Herzenslust. Mit dem tiefkühl-frischen Frühstücksortiment. Aus der Konditorei Kopenrad und Wiese. So ein Meer an gesunden, roten Früchten in einer Flasche. Punica Fruchtig Rot. Das Meer an Gesundheit. Was wollt ihr wirklich? Ich brauche einen neuen Monitor für meinen Computer. Nicht irgendwas, was gut ist und preiswert ist mit Beratung. Der strahlungsarme PC-Monitor mit drei Jahren Garantie von Philips. Mit dem besonderen Service von Expert. Wir starten ins All. Zu einem abgelegenen Titanbergwerk. Worauf haben Sie es abgesehen? Auf Sie. Nehmen Sie sich in Acht. Dieser Mann lässt Ihren Adrenalinspiegel in die Höhe steigen. Was werde ich tun? Sean Connery in Outland. Planet der Verdammten. Am 12. November um 20.15 Uhr bei Vox. Das Prickeln geht weiter mit Prosecco Blue. Ach! Das hätten wir. Sie ziehen einmal kräftig an dem Gegengewicht. Und schon geht's rauf. Kommen Sie mit. Ich will es Ihnen zeigen. Oh! Oh! Schön vorsichtig. Oh! Alles klar. Oh! Dr. Bronx. Linkes Bein zuerst.